Radio SAW. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Mit eurer Klasse und Englischlehrer Ted Stanetsky. Heute Lost Frequencies Back to You. Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Alten Weddingen. Lea, Josefine, Nadine, Dea, Dean, Philipp, Kimi, Jason, Malte, Marek, Philipp, Jette, Henry, Oskar, Miller, Annabella, Lotte, Frieda, Lina, Marie und Mira. Sie alle haben die Köpfe zusammengesteckt. Ich habe Millionen Märchen gehört, bevor ich zu dir gekommen bin. Einer nach dem anderen sagte, mit der Zeit wird alles wieder gut. Wenn Liebe für immer weg ist, verschwinden sie wie die Sterne in der Dämmerung. Jede Straße, auf der ich war, führt mich wieder zu dir. Das Auf und Ab, das Ja und Nein, das ewige Hin und Her in einer Beziehung, darum geht es in diesem Song. Ich bin Millionen Kilometer gegangen, bevor ich zu dir gekommen bin. Weiter Himmel über meinem Kopf und Sand unter meinem Schuh. Das Leben ist wie ein trauriges Lied, bis du zu mir gekommen bist. Der Rausch der Liebe steht über allem. Dieses wundervolle Gefühl mit diesem Brausepulverkribbeln im Bauch und dem heftigen Klopfen in der Brust. Ich habe Millionen Seilen verkauft, bevor ich zu dir gekommen bin. Ich glaube, keiner von uns kann die Lügen lesen hinter der goldenen Wahrheit. Vertrauen kann man nicht drauf zählen. Es ist gebogen wie der Amazonas. Sind die Wege noch so krumm, die Straßen noch so lang? Es lohnt sich, sie zu gehen. Am Ende ist alles nämlich gut. Lost Frequencies mit Back to You. Klasse übersetzt von Klasse 4 der Grundschule Altenweddingen. Sagt ihr, Klasse, das wollen wir doch auch. Seid ihr Lehrer, Eltern oder Schüler? Dann meldet euch an auf radio-saw.de. Und noch besser als Klasse? Mit etwas Glück gewinnt ihr eine irre Klassenfahrt mit A und O Hostels. Klasse übersetzt. Was heißt das auf Deutsch? Nur hier auf radio-saw.